In solchen Lebenslagen hilft mir ein zweiter, ein wieder ganz einfacher Rat. Ablegen, was mich belastet. Wir suchen deine Nähe, wir sehnen uns nach dir und spüren doch, wir sind nicht offen dafür. Wir sind noch so beschäftigt mit unserer kleinen Welt. Wir wollen bei dir lernen, was wirklich zählt. Kurier, Kurier, Elaison, Herr Barbe des Christes, Christes, Elaison. Christus, Herr Barbe des Christes, Elaison. Amen. 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 Amen.